Ein Gericht hat ihn wegen Korruption zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Doch Brasiliens Ex-Staatschef Lula kommt vorerst wieder auf freien Fuß. Zumindest solange das Berufungsverfahren läuft. Wer zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilte, brasilianische Ex-Präsident Luis Inacio Lula da Silva soll vorerst aus der Haft entlassen werden. Das entschied ein Bundesrichter. Demnach gäbe es keine rechtliche Grundlage für seine Inhaftierung. Lula könnte das Berufungsverfahren gegen sein Urteil somit in Freiheit abwarten. In der Gerichtsentscheidung heißt es, Lulas Entlassung müsse umgehend erfolgen. Dazu müsse die Anordnung des Gerichts am Sitz der Bundespolizei in Curitiba, der Hauptstadt des Bundesstaates Paraná, übergeben werden. Dort ist Lula inhaftiert. Wegen Korruption und Geldwäsche verbüßt Lula eine zwölfjährige Freiheitsstrafe. Er hatte sie erst im April angetreten. Damit gab der Richter einem Antrag auf eine einstweilige Verfügung von mehreren Abgeordneten von Lulas linker Arbeiterpartei statt. Der Ex-Präsident, der von 2003 bis 2010 Staatschef Brasiliens war, soll von einem Bauunternehmen die Renovierung eines Luxus-Apartments angenommen haben. Lula weist die Vorwürfe zurück. Der ehemalige Gewerkschafter gilt als Favorit für die Präsidentschaftswahl im Oktober. In Umfragen lag er trotz seiner Inhaftierung in Führung. Quelle in TV. De De Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.